Hört zu, ich bin Chief Miles O'Brien. Ich fühle mich sehr lebendig und ich habe auch vor, das zu bleiben. Amen. Bringt es hinter uns. Sie haben uns betrogen. Wovon reden Sie? Unsere Gewehre wurden sabotiert. Warten Sie. Meins funktioniert auch nicht. Da muss irgendetwas unsere Ausrüstung beeinflussen. Das Gateway. Vermutlich erzeugt es eine Art Dämpfungsfeld. Dann sollten wir jetzt besser einen neuen Plan machen. Wir haben auch Ramirez verloren. Es scheint, als hätten wir das Überraschungsmoment nicht mehr auf unserer Seite. Ich nehme an, Sie werden die Mission ablassen. Kommen Sie darauf. Kommen Sie darauf. Gehen Sie vor, wir halten Sie auf. Weiter gehen. Virakara, sind Sie noch da? Ja, aber nicht mehr lange. Keine Sorge, Sie werden noch ein geehrter Älterer werden. Warten Sie, wir müssen hier entlang. Sie gehen in diese Richtung, wir gehen dort drüben weiter. Ich denke, wir haben lange genug gewartet. Die Sprengkörper werden durch das Gateway nicht beeinträchtigt? Der primäre Detonator wird vielleicht nicht funktionieren, aber mit der chemischen Sicherung wird es klappen. Der Weg ist frei. Vorwärts. Wie geht's mit der greetinung? Ich denke, du bist eine die – якli für die – lag. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ist auch mal posición. Oh, okay. Ich hatte gedroht, sie zu töten. Aber sie waren bereit, sich selbst zu opfern, um mein Leben zu retten. Sieht wohl so aus. Warum? Um das zu verstehen, bedarf es keiner Frage. Meine Herren, es ist Zeit, aufzubrechen. Los, gehen wir! Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich rennen wie der Teufel. Wo sind Commander Dex und die anderen? Hier, Käpt'n. Soviel zum Gateway. Unsere Waffen funktionieren wieder. Die Sensoren der die Feind haben eine gewaltige Explosion in der Nähe des Gateway registriert. Ich nehme an, ihre Mission war ein Erfolg. Das Gateway wurde zerstört, wenn Sie darauf hinaus wollen. Gut gemacht, Käpt'n. Sie haben alle gute Arbeit geleistet. So, und wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gern das Wrack inspizieren. Er hatte unsere Loyalität angezweifelt. Wir sehen uns über die zweite Stunden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020